ARD Text im Auftrag von Funk Ich freue mich nicht, dass das so ist. Nein, der hat nur seine komische Leitür getroppt. Die Thiefboss-Dudes, die Thiefboss-Legins, die Thiefboss-Groden-Hermit, die Thiefboss-Groden-Hermit, Scheiße, ich glaube. Ich bin mir da hier. Hallo. Hast du einen Nether Star bekommen? Nein, das war nur so ein Mini-Dings. Warst du schon ein Fisch-Dungeon? Ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich habe mal Wurzeln in der Ploge. Ich weiß nicht. Das ist ein Fisch-Dungeon. Ich bin mir da. Ich habe eine Fisch-Dungeon. Und dann. Noch ein bisschen. Ah, hier schon. Oh ja. Hey, ich check da jetzt echt nicht. Hier ist dieses Haus. Da war der Thief-Dungeon. Der Bender-Dungeon müsste auch irgendwo sein. Willst du dir der Fisch-Dungeon? I saw a mermaid go under that big tree by the shipwreck. She was singing a song. AM7, G7 and EM7. Strange, it seemed like she sang all three chords at the same time. Komm mal zurück. Oder, ja genau, ich mach da drin. Weißt du, woher ich das Buch hab? Ja. Von dem Anfangstypen, der gleich da bei der Ende ist. Wer hat's durft? Ja, der hatte also sechs Emeralds. A mermaid's tail. Wo ist denn die Reichwege? Der Fisch-Dungeon. Der Fisch-Dungeon. Das stimmt. Aber was ist das Buch? Der Fisch-Dungeon. Der Fisch-Dungeon. Der Fisch-Dungeon. Der Fisch-Dungeon. Das stimmt, ich muss nicht verschieben. Mami, 7, G7 und E. Warte ich hier nicht schon drin? Ich war ja da schon drinnen. Nein, nein! Nicht die Kiste kaputt machen, nein! Wow, Gold Biggots, Fortune 3, I'm breaking life, Fischen Z4. Und ich habe Aquatic Hairnet auf Protection bekommen. Protection 5, Respiration 3, Aqua Affinity 1 und Unbreaking X. Was denn jetzt, hä? Ja, so ein Chain Helm mit Protection 5, Respiration 3, Aqua Affinity 1 und Unbreaking 10. Scheiße, 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 Scheiße! Oh Gott, oh Gott, das war ein riesiger Fehler. Ah, hier unten ist doch nichts Großes. Ich bin im Fischdangen. Welcher ist das? Der ist voll offensichtlich. Also, also, irgendwie... Keine Ahnung. Oh Gott, da muss ich weniger. Oh Gott, da muss ich weniger. Ich bin im Fischdangen. Oh Gott, da muss ich weniger. Ich bin im Fischdangen. Ich bin im Fischdangen. Ich bin im Fischdangen. Ich bin im Fischdangen. Ich bin in der Biblio-Teek. Ja, oder? Die haben's drauf, die wissen, wenn ich zu schockiere würde. Ja. Ja. Nicht witzig, nicht witzig, nicht witzig. Nicht witzig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist lieb. Es ist lieb. Es ist lieb. Es ist lieb. Ich brauche das Wort, ich brauche das Wort. Das ist lieb. Ist doch nichts. Die Lobb wellend. Ich brauche das Wort. Ich brauche das Wort. Ich brauche das Wort. Vielleicht geht's das Wort. Oh, nice! Chain Habit, Protection, 2 Respiration, 1 Aqua, 31 Eisen nehme ich sowieso mit, Touches auch Das wäre jetzt nicht bombastisch gelohnt hier Ich glaube, das war aber nicht alles Ey, diesen Ding in Stand of Dings, den du als erstes hattest Hattest du halt einen Erlaster raus? Der Dungeon, den du als allererstes hattest Heute? Ja Ne, ne Bonus Objekte! Ich hab einen neuen Bonus, den ganzen neuen Bonus-Level verbunden Mh 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 Island haben wir gemacht Wir gehen im Stairway, haben wir glaube ich auch Fireball Maze Haben wir das Fireball Maze gemacht? Äh, das hab ich gerade gemacht Aber es gibt ja alles keine Nether Stars Was? Islander Dungeon. Spiders? Spider Dungeon Will Dungeon und Spiders Dungeon haben wir glaube ich da nicht gemacht War nie ein Spiders Dungeon Oh doch Ja, dann bin ich in der Irreale zu Aha, ich habe Netherstein in dem Den of Dings gefunden, wo du meintest, da war keiner. In was? In diesem Den of Dings da. Alter, Den of what? Ich weiß nicht, wie der da heißt. Den of Dekloos, Deadly Dekloos. Da war ich noch nicht drin? Natürlich, das war dein erster Dungeon. Du hast doch schon alles ausgeleuchtet. Und hier war ein Schalter, weil hier war noch nichts ausgeleuchtet, da habe ich den. Welcher Dungeon? Den of Deadly Dekloos, mehr kann ich nicht sagen. Ach so, ja, da bin ich auch früh raus. Da habe ich ja nichts Ende erkundet. So, ja, muss ich nicht so aufregen. Ich hasse es, wenn man sich immer nicht so... Wenn man jetzt den Dings sagt und nicht auf den Punkt kommt und dann wartet, was sagt man dann... Ich habe mehrmals Den of Deadly Dekloos gesagt. Den of Dings, den of Dings gesagt, die Antwort. Ja, am Anfang. Ja, am Anfang. Ja, ach... Pfff... Well, dann schon, sonst beide dann schon noch mal nicht gemacht, ne? Oh, ich bin auch der am zweiten Seite. Wie viel hast du jetzt gefunden, der das da? Nö, zwei. Da soll ich das drei. Hätten wir nämlich jetzt nur noch einen. So würde ich jetzt gelandet. Oh, 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 oh. Was war jetzt unter dem Baum, Martin, wo du brauchst du? Ach, da war dieser Helm, den ich gefunden habe. Das ist sicher, dass man runtergehen konnte. Äh, das ist unter dem Baum, wo du graben. ... wo du graben. Hm. Well done. Da ist sicher, oh, du wunder. Oh, da waren wir da schon drin. ja da warst du schon hast du dann ja was da gebunden wo ist mit den vier endsteigen ist da gab es aber das ist ja genau das müsste er wohl dann das ist die muss direkt in der kommersie das bleibt es mal sagen das muss man es mal Ich bin ein bisschen mehr auf der... Ah! Hast du? Da waren wir aber auch schon drin. Der Spider-Lungion ist der Dead of the Deadly Recruise. Ja, da waren wir auch drin. Stimmt, da waren ja auch Cave-Spider, die haben mir gerade noch angerufen. War man schon in einem Lava-Dungeon? Keine Ahnung, wo der ist. Mario, ob du schon mal an einem Lava-Dungeon warst? Ich glaube nicht. Warte, komm mit! Kommen Sie mit mir, Sir! Ja! Guck, guck, guck! Mein Name war da nicht. Ja, Mann. Wir haben hier noch ein Lava-Dungeon. Oh, hier ist die Kiste. Hast du schon blutet? Ich weiß doch nicht. Was ist denn da? Ah! Ja, hier ist ein roter Boden. Hier unten ist, glaube ich, ein roter Boden. Oh, du hast die Kiste. Du bist da drin. Warte mal, was sagt ich das hier? Irgendwie? Musst irgendwo hier in einem Dungeon sein. Da hinten auf der Fläche? Hier ist was. Hier geht's runter, glaube ich. Okay, warte. Ich muss eben was essen. Hey, da hinten. Ist das diese Ecke da? Da waren wir doch schon drin. Hier ist der Dungeon. Hier ist der Stronghold. Ja, da waren wir doch drin. Ob das der Lava-Dungeon war? Steht da keine Beschreibung zu dem Dungeon. Da war überall Lava. Doch, stimmt, ja. Waren wir auf dem Lookout-Tree? Keine Ahnung, wo das ist. Äh, warte mal kurz. Was ist mit mir jetzt gerade? Oha. Oha. Oha, das war unten. Einfach hier die Küste lang erstmal. Hier ist was. Komm mal hier. Wo? Ne, äh, hier. Hier geht's runter. Haben wir dich hier auch schon drin? Ne. Oder? Ich kenn das hier noch nicht. Wie hast du ausgeleuchtet? Ja, sei das Soma? Oder? Das ist so aktiv dann. Da war ich ja schon drin. Achso, ja, weiß ich ja nicht. Ja, nicht. Aber. Und wenn der der Boss nahm. Und nur so einen komischen Meier, den man mal gedroppt hat. Aber hier steht, hier müsste der End-Dungeon sein. Was ist denn das hier? Das ist eine Verarschung, glaube ich. Ich bin nicht weitergegangen, aber ich hab auch Knopf gedrückt. Da sind ne Monster gespawnden. Und und Radex wird erst explodiert. Oh, hier ist nix. Ach du Glocke. Oh, da hinten. Ist ein Eingang. Hä? Oder, ne. Da sind so Fenster. Ja, das ist der Antibiot-Vertrager. Hm. Der Wort. Ja. Warst du auch hier in diesem Tempel-Dings? Oder gehört was? Das ist das Bonus-Ding. Das ist das Bonus-Ding. Wenn man fünf von diesem Bonus-Schalter, die sich zerstört hat, kann man auf den Knaufdreger bekommen, ein Diamant-Block. Da ist nämlich auf die Jax-Matic-Zertanz. Wo geht's jetzt? Hier geht's runter. Hier. Hier ist vorne. Hier geht's so runter. Hier geht's so runter. Hier ist vorne. Also egal. Hier. Hier. Aber schon. Hier ist der Winkel auch nicht. Hier. Hier. Irgendwobei. Da oben ist doch das Hauptproblem auf dem einen Baum. Siehst du das? Warte, ich bin grad woanders. Äh, warte, ich bin grad woanders. So jetzt wie viel? Hier ist eine Hütte. Oh ja tatsächlich! Meins, 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 meins. Oh scheiße. Ich sag dir, da ist eh kein Leatherstar. Oh, ich sag da noch viel runter. Oh scheiße, ich bin auch runtergefallen. Und taucht das jetzt aber ganz auf! Ach du Kacke. Bin drauf. So, Netherstar. Da ist ja doch einer. Oh, das Gespräch ist anscheinend gerade abgebrochen. Bist du wieder da? Ja, das war 1 und 10, war auch 1 und 9, ne? Ja, aber das Server ist irgendwie nicht erreichbar. Es war Netherstar oben in der Butze. Sag ich doch. Das heißt, wir brauchen nur noch einen? Warte dann. Warte dann. Warte dann. Sollen wir für heute erstmal dann beenden? Ja, das stimmt. Ich bring den nur eben in der Ender-Chest. Okay, okay. Wo haben wir denn hier eine? Oh, da war ja eine kurze Aufnahme. Geil, auch 4 Stunden. Wie viel? 4 oder so? Ich weiß es noch nicht. Ich gucke gleich. Ich meine 5 Stunden. Wie viel? Ich meine 5 Stunden. Meinst du echt? Ja. Ja. Ich glaube nicht. Ah, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich hoffe, wir werden es nicht zu langweilig geworden. Ach, ich glaube das ist echt interessant. Ich glaube ich auch, es ist gut geworden. Ja. Ups, freu ich nicht. Ja, noch nebenauf. So, hier ist eine Ender-Chess. Jetzt da eine rein. Ich habe 5, du hast 2, das heißt 7. So, auf in der Butze und ja, dann tschüss, bis zur nächsten Hier-Adventure-Man-Folge. Genau. Wir freuen uns auf euch. Wir uns auch. Tschüss. Tschau. Tschau.